Polizeigewalt ist so ein bisschen wie ein Phantom. Du weißt, dass es es gibt, aber es ist super schwer, mit echten Menschen mal darüber zu reden. Freund und Helfer oder Täter? Wenn man in Frankreich mit AktivistInnen spricht, hat man das Gefühl, man hört Geschichten aus einem Kriegsgebiet. Good Cops, Bad Cops – was darf die Polizei? Thilo Mischke sucht nach Antworten. Wir haben solche Fälle, wir gehen aber vor und wir versuchen, diese Kollegen definitiv aus der Behörde rauszukommen. Uncovered am 1. Dezember 23.05 Uhr – ProSieben